so harry hurtig sagt guten tag heute am 4.3.2017 wir haben jetzt 25 grad und ganz wenig wind es ist 11 uhr 43 kurz vor mittag wir haben ebbe ein wunderschöner tag hier am strand keine wolke am himmel einfach nur schön ja und wenn sie auch mal hier leben möchten kurz oder langfristig mieten kaufen www.check7x24.com ja wir haben ein bisschen algen hier heute das ist für die jahreszeit noch mal da doch blicken die berge So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns wieder, wünschen Ihnen einen schönen Samstag bis morgen, ja und ab dem Montag gibt es dann die Wetterdaten von einem anderen Ort.